TRIP Hallo Sam, willst du mal was Verrücktes sehen? Das ist der totale Wahnsinn. Ich hatte doch gesagt, sowas hast du noch nie gesehen. Zahlreiche Einwohner haben gemeldet, dass sie eine unidentifizierbare Kreatur gesehen haben. Wir suchen nach etwas Ungewöhnlichem, etwas Gefährlichem. Was bist du denn? Irgendwas läuft hier. Ich weiß nur nicht, wie ich dir das erklären soll. Sehen dir an, der versteckt sich gerne in meinem Truck. Das Ding ist großartig und es ist klug. Er ist der Motor für meinen Truck. Stimmt's, Creech? Du hast ihn wirklich Creech genannt? Was ist, glaubst du, du holst mich ein? Genau so! Hast du das gesehen? Du Großmaul! Willst du nicht wissen, wo er herkommt? Ich bring dich nach Hause und weg von allen, die dich verfolgen. Ich lieb dich auch. Trip, Vorsicht! Es ist ein guter Zeitpunkt, der Steuer zu übernehmen. Was los? Ich hab bessere Augen als du. Hey, geh da wieder rein. Ich hab sein Auge berührt. Trip, diese Männer wollen sich mit dir unterhalten. Ich geh nirgendwo mit ihnen hin. Doch, das wirst du. Das Monster ist in dem Truck. Wow, hast du das gesehen? Ist das grad wirklich passiert? Oh ja, und ab. Ich bin Wissenschaftler, ich will euch helfen. Das ist eine Familie. Was braucht ihr? Trucks. Hoffentlich hast du was von mir gelernt. Vor einer Woche bist du noch Fahrrad gefahren. Ich hoffe wirklich, dass sie angeschnallt sind. Los geht's! Okay, Creech, dann geben wir dir mal Futter. Dein Truck ist toll. Danke. Ich vertraue Becky. Du vertraust Becky. Becky ist gerade ein Becher.